hallo leute ich bin zuhause und ich habe eine super idee für das forum die will ich da oben reinschreiben und da brauche ich eure hilfe damit die auch vielleicht am besten umgesetzt wird ganz bestimmt ist nämlich eigentlich schon richtig geil kurz das richtige dinge hier finden kategorie update und ideen sammlung neues thema erstellen da habe ich schon mal reingepostet ja vorschlag uri belohnung für langzeitspieler ja da habe ich einfach reingeschrieben dass leute ja die die ganzen hardcore zocker ja ab einer bestimmten stundenanzahl einfach mehr uri pro mpc kriegen sollten einfach als anreiz weil die leute geben durchgehend gas tagelang teilweise also die schwitzen richtig rein ja kriegen richtig aber auch unfaire weise die gleiche belohnung wie die leute die nur zwei drei stunden am tag zocken ja und da das sollte angepasst werden zum beispiel ab 10 stunden 35 uri pro kristallin ja und da würde ich gerne euch bitten schön in das forum reinzuschreiben wie geil das denn ist denn so werden die leute auch bevorzugt die richtig schön zocken ja das war es dann auch schon wieder von mir erst mal ich hab doch schon das nächste kommt bald ab in die kommentare schreibt bitte in die kommentare was ihr davon hält haltet mein gott jetzt bin ich aber not ist in der video beschreibung habe ich hier den link zum forum können direkt draufklicken und direkt schreiben alter chaos geil ja also wir sehen uns bis dahin also und lasst euch bitte auf der karte abschließen ich habe pvp quest danke